6, 8, 12. Kennen Sie das? Sie gehen in sechs Geschäfte, fragen acht Verkäufer und haben zwölf Meinungen. Was ist das richtige Produkt für mich? Was ist die richtige Matratze für mich? In der Regel kann man alle Systeme, die am Markt befindlich sind, in drei Gruppen einteilen. Es gibt Betten, die arbeiten eher von oben nach unten. Da ist immer die Matratze wichtiger als der Unterbau. Dann gibt es Systeme, die sich selbst regulierend an den Körper und die Körperform und das Gewicht anpassen. Dort habe ich aber weniger Korrekturmöglichkeiten. Und es gibt Betten, die arbeiten eher von unten nach oben. Dort ist der Unterbau, die Unterfederung, der Lattenrost und die Matratze gleich wichtig oder manchmal ist der Lattenrost sogar wichtiger als die Matratze. Somit kann man sagen, es gibt den Weg von oben nach unten, den Weg von unten nach oben oder automatische Betten. Je nach Körperbautyp, je nach Hauptschlaflage und je nach Indikation ist man mehr oder weniger für die unterschiedlichen Systeme geeignet. Versuchen Sie also beim Probelegen immer ein Geschäft aufzusuchen, was mehrere Lösungen hat, dass Sie also verschiedene Dinge miteinander und im Zweifel auch gegeneinander ausprobieren können. Auswahl und Orientierung beim Probelegen ist ein Sicherheitsfaktor. Und beachten Sie, gehen Sie nie zu spät zum Probelegen. Je später Sie zum Probelegen gehen, sagen wir 18 Uhr, desto eher denken Sie, heute war ich den ganzen Tag auf den Beinen, dann finden Sie jedes Bett super. Die größte Fehlkaufquote ist bei Probelegen am Abend. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Probelegen mit guter Auswahl. Ihr Markus Kamms, Allzeit Gute.